Mian, weiter geht's. Jetzt schaut euch mal die Menge dieser Leveln an. Die haben wir jetzt alle geschafft. Jetzt fehlt nur noch die entscheidende Schlacht. Und die werden wir als Sieger herauskommen. Warte, ich kann wieder nicht sprechen. Egal, Entscheidung in der Schlucht. Jetzt aber. Level 15. Rette das Ameisenvolk. Da Flick weiß, dass Hopper Angst vor Vögeln hat, muss er ihn zu einem echten Vogel am anderen Ende der Schlucht locken. Jetzt aber. Wir kennen die Aufgabe. Wir müssen ihn zu einem Vogel locken. Aber erstmal muss ich hier raufkommen. Bla. Nicht wieder runterfallen. Bla. Aha. Geht doch. Aha. Interessant. Oh. Da muss ich irgendwie hochkommen. Ich hab doch dieses Samenkorn da gesehen. Aha. Jetzt gehört die Schleiderblume mir. Ich weiß. Deshalb wollen wir uns auch die Blaubeere da oben holen. Es gibt sogar mehrere Blaubeeren. Krasse Sache. Aber zuerst ein paar Sachen sammeln. Haben wir ja gesehen, was es da gibt. Für Gedöns. Epic. Epic Music. Da ist er ja, der Hopper. Ja, und der schmeißt mit weißen Bären nach uns. Der kann sich auch verteidigen, der Blödmann. den Blödmann. So. Irgendwo. 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 Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Ah ja. Genau. So. Hmm. Du. 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 Fuck it. Das war nichts. Bläh. Du. Das wollte ich nicht. Nu. Rauf da. Geh, ruf. Rauf. Ich sagte rauf. Nicht wieder runter. Oh Gott, das ist ja eine schwere Geburt. Ich glaube, es hackt langsam. So geht's auch. Jetzt nicht wieder auf Dingsbums aufs Korn springen. Geht doch. Jetzt aber. Jetzt aber. Perfekt nochmal. Ja, geht doch. Jetzt brauchen wir erstmal ein paar Sachen. Und was für ein Fortschritt. Ah, fuck it. Das war nichts. Na okay, dann wieder hoch. Ah, Mist. Gott. Ich verbringe schon... Ich vergeude schon mein Level damit... Meine Zeit dieses Levels damit... Da rum zu hüpfen. Bis ich endlich ankomme. Bla. Da ist... Noch eine Schneiderblume. Perfekt. Hoppla. Hoppla. So. So. Und... Auf bin ich. Jawoll. Ich bin da! F hab ich. Gut. Fehlen noch ein paar andere Sachen. Gedöns. Könnt... Äh... Bilde ich mir das nur ein oder regnet es jetzt stärker als in den Leveln davor. Iiii. Iiii. Mist. Ich wollte da drauf. Miep. Hallo. Für ein einzelnes Körnchen. Iiii. 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 Für ein einzelnes Körnchen. So ein... Seine Mühe. Iiii. Iiii. So. Jetzt die Blume anders postieren. Superbeere. Haha. Superbeere gehört mir. Und da haben wir... Runter. Da haben wir... Runter. Genau. Da haben wir... Runter. Ach Mist. Wie viele Superbeeren wollt ihr mir hier noch rein tun? Gedöns. So. Ich glaube jetzt habe ich hier alle Superbeeren. Hm. Sonst noch hier irgendwo? Was? Bla. Nee, dann komme ich nur hier wieder... an. Ah. Eine Medizinpflanze. Hm. Okay. Komm ich hier vielleicht... Komm ich hier vielleicht... Ja, ich komme hier hoch. Okay. Dann hätte ich hier gleich alles gesammelt in diesem Bereich. Das Level besteht aus... drei... Ebenen. Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt nur die erste. Das ist ein... großes Level. Ach Mist. Mist. Okay, dann anders. Mist. So. Mist. 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 Jawohl! Sehr schön. Okay, dann wollen wir Hopper mal zu Ebene 2 bringen. Da ist er ja. Nämlich... Hier, seht euch dieses Gitter an. Da kommen wir nicht durch. Frisst Bären! Dafür ist das da. Ist Hopper da. Er soll nämlich dieses Gitter aufbrechen. Wow! Wow! Ja! Und das Gitter ist aufgebrochen! Na, okay. Ebene 2. Wo ist der Typ? Naja. Wo auch immer der stecken mag. Weit ist der nicht. Ebene 2. Da verteilt er sich. Ach, da ist er ja. Ich kann hier drüber, jawoll. Autsch, scheiße. Ah. Du Winzling. Ich mag zwar winzig sein, aber trotzdem, ich bin stärker als du. Edge. Kurze Pause, dann geht's weiter. See ya, guys. Keinhalys. Bez. 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 Et투. ấn. Vielen Dank.